Da ist schon mal eine Maske verbappelt. Fast die zweite. Ich hätte den Dings nicht mitnehmen sollen, aber wenn ich mich jetzt stehe, muss ich aus dem Level wieder raus. Ja, warbrum. Weil jetzt fängt die Zeit halt nicht mehr an. Und wenn wir den Checkpoint nicht mitnehmen, dann fängt man am Anfang des Levels wieder an. Und ja, könnt einfach durchraschen weiter, weil dann geht die Zeit wieder los. So, auf, auf. Auf, auf, und davon, hopp. Flieg. Ich flieg, habe ich schon gesagt. So hat er es auch gemacht. Sehr guter Crash. Hallo. Ich muss mich aufrecht hinsetzen. Ich glaube, mit dem Liegen ist das hier nichts. Spyro war dann okay. Aber hier ist das was anderes. Das hier ist Anspannung pur. Oh, Crash. Hat mich fast schon wieder runtergefallen. So, den lassen wir jetzt weg. Und wir hatten zwei Sekunden weniger. Das heißt, ich war zwei Sekunden langsamer als vorher. Den lassen wir auch da stehen, wo er ist. Oh, wunderschön auf die zweite Plattform gesprungen. Oh, ich habe mir gerade die Nase gekratzt. Oh, knapp, knapp, knapp. Frag mich nicht, was ich da immer tue. 4, 3, 2, 1. Ja, es ist noch gekriegt. Weil der fliegt nämlich dann immer so weg. So, und dann kriegen wir den nicht mehr. Wenn die Zeit abgelaufen ist. Aber wir haben es noch geschafft. Gerade so. So, ich kann es mal auf und so dansen. Dann haben wir The Pits. Das ist sowas, was das erste Level, glaube ich. Nur mit Regen. Glaube ich, meine ich mal. Doch kein Regen. Nur gut daneben, nix. Aber das ist die gezweiteilte Strecke, meine ich mal. Warum hast du dich nicht aktiviert, Tentekiste? Ich mag das voll. Oh, wir haben gleich Super-Akku. Nutzen wir doch direkt mal aus, um den da wegzupitschen. Ich meine, wir müssen erst den linken Weg gehen. Ja, wir müssen da. Sehr gut. Weil auf der anderen Seite gibt es nämlich so Kästchen. Kästchen. So, Gitterkisten. Ähm. Die wir erst kriegen können, wenn wir die Käste da aktiviert haben. Die Ausrufezeichenkiste. Oh, jetzt müssen wir den Weg zurück. Jetzt will ich ein bisschen langsamer laufen. Wir haben zwar noch einen Akku. Aber... Man soll's ja nicht drauf anlegen, ne? Ganz viele liegen vor uns. Äh, ich hab ne Reaktion, ne? Wie ne Schildkröte. Obwohl, die haben eigentlich schon... Oh, fuck. Gute Reaktion. Finde ich persönlich. Ach, Ficken. Was hat denn ne Scheißreaktion? Ich hab ne Scheißreaktion, aber... Na gut. Ich könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was... Na, dat wusste ich auch noch net. Dat funktioniert. Mensch, wegjuckt. Doch, jetzt nicht mehr. Geh weg, du Vieh. Ich weiß noch nicht, was... ... einfacher wär. Die Vogels kommen ja, glaub ich, immer wieder. Uuuuh. Kommen wir hier drüber? Nein, können wir nicht. Na, wo ist jetzt... So, jetzt aber nochmal hier. Mhh. Wir haben jetzt diesmal gar keinen Akku. Näh, geh mal weg, du Vogel. Oh, Vieh, ey. Ich glaub, das ist ganz gut, wenn wir auf den Seiten rum... ...toben. Und da kommen die Viechers ja nicht hin. Näh. Das ist hier jetzt schon die Trennung. Ein Checkpoint. Ich will den haben, dankeschön. Boah. Pff. Ich hab grad gest... ...gesteint, hab ich. Ich hab grad gesteint, dass der Stein... ...oder ne, ich hab grad gesteint, dass der gedacht... ...ein Gegner ist. Boah. Was mach ich denn da? Hier gibt's bestimmt eh keine Kisten mehr. Ich mach mir das jetzt hier umsonst die Arbeit bestimmt. Oh. Hallo, Crash. Wo springst du denn auf X? Vielleicht sollte ich jetzt doch... ...ähm... ...normal weiterlaufen, wenn ich die hier... ...übersprungen... ...habe. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon hier in den... ...Pups-Leveln verkacke. ...Double-Kill. Okay, 2. Gut. Dann gehen wir hier den Weg lang. Mal hier gerne Schubi-Schubi so aus. Ich fragte, ist auch einfacher. Oh, du! Mittelfinger, Alter! Jetzt muss ich schon wieder den Weg zurückgehen. Oh, 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 oh. Ich hausel aus, Nevel. Oh, 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 oh. Was ist jetzt? Ja. Wie gehe ich doch den Weg hier? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach hier den Weg. Ich mag das Geräusch von den schönen Grünen. Haben die eigentlich einen bestimmten Namen? Weil ich denke mal, die haben irgendwie irgendwas mit... Saw oder sowas. Auf jeden Fall hier die eine Sorte da. Irgendwie... Turtlesaw oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Müsste man mal im Büchlein nachlesen, falls da sowas drin steht. Und ab ins Bonus-Levelchen. Ich wollte eigentlich die da oben auch noch haben. Dankeschön. Oh, wunderschön. Oh, guck mal. Ob das so gut war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir wieder zu Rack. Weil da oben waren ja noch Kiestchen. Oh, was ist denn los, Junge? Oh, jetzt kriege ich auch noch einen Krampf im Fuß, ey. Oh, fuck, ich brauch die letzte Kiste. Dann komm ich da nicht hin. Oh, ob das was gibt. Oder so. Ich bin ja gerade ein bisschen angepisst. Oh, Crash. Oh, ich bin ja gerade. Oh, ich bin ja gerade. Ey, ich hole mir gleich mal eine Röhre vom Dachboden. Das kann doch nicht sein. Oh, okay. Oh man, Junge, oh... Oh man, Junge, oh... Hellooo... Will sie Leben gar nicht haben. Endlich, ey. Ich freue mich schon auf die Spätwanderung. Oh Mann, ich will nicht in diese Dinger rein. Lustkorotten hier. Ich muss das aber alle kissen.